Bozen. Wie jedes Jahr kommt auch heuer wieder das Kinderfestival. Auch diese 14. Ausgabe vom 2. bis zum 5. Juni 2017 bietet ein reiches Programm an Kreativität, Spielen, Kunst, Musik und Theater. Das Kinderfestival ist ein Projekt der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Vier Tage lang gehören die Talfer Promenade und der Innenhof der Stiftung der Sparkasse ganz den Kindern und Familien, die dort zahlreiche Projekte und Initiativen finden. Wir sind da schon, also jetzt das vierte Jahr, weil meine Kinder und auch ich ganz begeistert sind von diesen Theatern, Buchvorlesungen, alle möglichen Aktivitäten, die da geboten werden, sind wirklich sehr gut. Also ja, meine Kinder freuen sich jedes Jahr auf dieses Festival. Also ein großes Kompliment an die Organisatoren. Ich glaube einfach, weil das eine gute Initiative ist für die Stadt und gerade für das lange Wochenende hilft es sicherlich auch den Eltern ein bisschen die Kinder zu beschäftigen und ich glaube, das wird ein großer Erfolg. Die große Anzahl an Angeboten hat das Kinderfestival zu einer der wichtigsten Veranstaltungen im Bozener Freizeitangebot gemacht. Und jedes Jahr gibt es auch etwas Neues, damit immer wieder eine Überraschung auf das zahlreiche Publikum wartet. Das ist ganz toll für die Kinder, da haben sie viel Spaß, sehen viele Sachen und ist eine tolle Veranstaltung. Mir gefällt es hier sehr gut. Für die Kinder ist es einzigartig. Es gibt viele Sachen, die angeboten werden, Theater, auch kreative Sachen und das gefällt den Kindern sehr gut. Zu den diesjährigen Neuigkeiten gehört ein Wettbewerb für alle Kinder und Jugendliche, die ihr künstlerisches Talent unter Beweis stellen wollen. Beim Kinderfestival geht es nämlich nicht ausschließlich um Spiel und Fun. Der Spaß hilft oft auch etwas Neues kennenzulernen und neue Erfahrungen zu machen. Es ist eine wichtige Initiative für die Eltern und Kinder, weil es im Zentrum von Bozen ist. Und dort, wo sonst vielleicht mehr so sportliche Aktivitäten stattfinden, ist es einfach ein Programm für die Kinder und es ist eine gute Initiative. Im Innenhof der Stiftung Südtiroler Sparkasse gibt es jeden Tag ein anderes und sehenswertes Programm. Das Festival ist für alle Kinder mit ihren Familien kostenlos zugänglich. Weitere Informationen und das Programm im Detail findet man auf der Homepage des Kinderfestivals www.kinderfestival.it